Hier haben wir den Shop und ne goldene Truhe. Verdammt! Und den Shop? Ein Seelenherz. Juhu! Und die Bibel. Hm. Bibel. Nehme ich mit. Ich will die Kämpfe einfacher haben. Nee, hat noch nicht gereicht. Kommt noch mehr? Komm schon! Hau alles raus. Eine Münze ist verloren gegangen gerade. Hier bitte sehr. Man kann ja auf dem Rückweg nochmal die Münze holen. Boah, verdammt. Stimmt. Ich hab grad nicht damit gerechnet, dass der wirklich angreift. Weine ihn kaputt. Wir halten ihn ja nicht mehr auf. Wir müssen gut ausweichen. Nein, aua. Die Kacke ist so schnell. Verdammte Flitzekacke. Komm schon, mach ihn kaputt. Ja. So ist recht. Weine sie klein. Durchwühle deren Haufen. Oh, oh. Zu viel. Das ist viel. Viele geht... Ah, ich fang mal hier oben an. Wenn sie grad alle unten sind. Ja, okay. Super. Ab und zu kommt die Frost Tears nach unten. Jetzt geh ich mal... Oh, jetzt geh ich mal nach unten. Juhu. Oh, das war... Mh. Da hat er gerade schön knapp ausgewichen. Und dann trifft uns noch so ein Bluttröpflein. Ganz, ganz toll. Na, da... Oh, okay. Egal. Das blauen Herzen ist eigentlich recht... Ich mag blaue Herzen, aber ohne rote Herzen ist auch irgendwie schlecht. Oh, ein schwarzes Herz ist gut. Zeig mal her, was kriegen wir hier raus? Komm schon, was gut ist. Eine Pille. Die macht... Lockdown. Oh, nein. Wo ist der... Goldraum? Oben bestimmt nicht. Sage ich ja. Nicht schon wieder ein Dingel. Ah, wir haben ja Münzen. Das ist schön. Können wir wieder eins zahlen. Ein bisschen was. Oh, nein. Mann. Und alle weg. Nehmen wir mal noch ein bisschen kaputt. Ja, noch ein Herz. Oh, man ist gnädig zu mir. Ich find das schön. Schon schön. Oh, oh. Viele böse Gegner. Viele Bonte Smarties. Kommt ruhig alle her. Wenn ihr meint, ihr wollt gegen mich antreten. Oh, der hat was... Der hat nur den Kopf abgesenzt. Gerade. So ein Headless Horstman. Ich bin mal gespannt, wann wir den sehen. Selbst mal. Die schießen ja so eine... Ja, genau. Ich versuch... Komme ich von hier hinten ran? Ja, geil. Dann schießen die nicht. Die haben nicht so eine Reichweite. Komme ich hier ran? Ja. Und noch eine Münze. Uh, wie viel? Sehr Wahnsinn. Komm schon. Geht... Nein, Manu. Braucht doch meine Herzen. Was ist denn los hier? Alles, alles böse zu mir. Ganz, ganz böse Jungs und Mädchen. Wenn sie weibliche Spinnen sind, natürlich. Aul, Gisch. Mann. Ich dachte gerade, ich hab noch Zeit zum Schießen. Nicht mal die schaffe ich ohne Schaden. Da bin ich eigentlich nicht so schlecht, aber... Na gut, was soll man machen? Oh. Hier, Mathemis. Bringt er hier nichts, wenn ich so bin. In dem Status. Ein Goldraum. Yay. Immer ein bisschen... Oh. Eine Luke. Ein extra Item unten. Geh mal gleich da unten drin. Tschüss. Was haben wir da? Oh. Heilende Tränen. Aber brauchen wir die überhaupt? Weil wir haben ja nur... Blaue. Kills, Heals. Ja, Wahnsinn. Ich habe da gar keine roten Herzen. Sind wir alle drei da? Ja, verdammt. Die Luke ist immer noch da. Mach sie mal kaputt, dann guck ich mal was Neues da ist. Ich glaub's natürlich nicht. Warum auch? Komm schon. Geh kaputt. Ich frag mich auch, ob in jeder Ebene so eine Luke drin ist. Wenn man alle Steine kaputt machen würde. Bombe. Na? Ne. Wäre auch zu schön gewesen. Und noch ein Goldraum. Hm. Soll ich den mitnehmen? Tiny Planet, die Tränen fliegen um uns herum. Mit einem anderen Effekt würde ich sagen, ja. Aber so? YOLO. Orbital Tears und Range Up. Die fliegen so doof. Aber was soll's? Mal sehen, wie wir uns schlagen damit. Ich hoffe noch einigermaßen gut. Mit Brimstone wär's was anderes. Das wäre dann lustiger. Aber so ist erstmal... Ähm... Interessant. Ach, wir können ja hier oben in den Shop zeigen, was hast du noch. Pupi und da oben gehen wir einst an 8. Oh. Der wollte nicht mehr so viel haben. Haben wir uns da springt. Der ist kaputt. Gut. Bibel haben wir noch. Den... Okay, den können wir mitnehmen. Die hatten wir ja gerade schon durch. Okay. Mams Ebene. Komm schon. Sind wir Mams Ebene? Oh noch nicht. Boah, dort so lange. Obwohl, wir haben ja gerade mal 20 Minuten. Bisschen mehr, okay. Aber ungefähr. Diese Tränen. Okay. Ich wollte es ja unbedingt. Ey, ich mag das nicht. Schade, verdammt. Warum hab ich das überhaupt gemacht? Warum? Weil ich unbedingt sterben will. Ich weiß. Naja, gut. Nutzen wir mal das, was wir haben. Und... Naja, gut. Wenn wir so spielen. Klar, aber die reinge ich mir an. Und dass sie immer nach hinten fliegen. Die Tränen zuerst. Können wir nach vorne fliegen? Irgendwie. Au. Mann. Nicht geil. Mann. Siehst du? Ob ich halt hier ist doch irgendwie doof. Gut. Mit Brimstone schon nicht so unbedingt, denke ich mal. Weil dann haben wir nämlich einen Brimstone, der um uns rumfliegt. Und der ist, denke ich mir, schon ziemlich... Stell mir gut ziemlich nice vor. Aber haben wir ja nicht. Komm mal daher. Na, 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 na. Das war ein Fehler. Oder jetzt kommt man Devil Room und dann kriegen wir Brimstone. Das wäre doch Hammer, oder? Das wäre richtig nice dann. So, wir haben eine Bombe. Ich nehme sie einfach mal. Warum nicht? Ja, ein Herz. Yippie. Hat sich gelohnt. Oh, da oben ist noch was. Komm schon. Nix drin. Okay, tschüss. Komm runter. Goldraum ist hier oben. Komm schon. Nee. Und durch. Goldraum? Nö. So, dann zeigt man her, ob die Tal trainen. Was könnt ihr so? Na gut, da fliegen schon einige rum. Aber jetzt sind wir ja nischt. Einige Zeit fliegt da nichts rum. Und das ist echt schlecht eigentlich. So wie jetzt so. Manchmal ist es da einfach nischt. Boah, es kommt jetzt noch in der Sonne raus. Habe ich auch noch nie gesehen. So, oh, ein Seelenherz. Cool. Wo ist der Goldraum? Oben? Nö. Oh, sagen wir so, wenn so eine Gegner. Das ist ja nicht so cool. Das muss man die ganze Zeit nur auswischen. Und hoffen. Tja, Kills Heals, Wahnsinn. Hab keine roten Herzen zum Meilen. Das Item war auch eigentlich mehr Fehler, Fehler am Platz als alles. Andere. Wow. Ey, verdammt, die in der Fliege ist es spawnt. Nein, was soll das? Geht weg. Geht weg. Ja, explodiert. So ist richtig. Wenn ich ausweichen könnte, wäre es vielleicht gut. Aber die Räume dauern so ewig lange gerade. Komm schon, weg mit dir. Explosiv. Na? Wow, treff doch mal. Ah, Mann, Mann. Echt, echt schwer. Da ist er im Bossraum. Okay. Wo ist der Goldraum? Golden Raum. Zum Einzelnen. Nein. Nein. Gottes Willen. Oh. Obwohl, bei Isaac, wo im Gottes Willen, ne? Ja. Den Gottes Willen sollte man uns besiegen. Aber ich sag gerne, dass es der Satan ist. Weil welcher Gott befiehlt, einer Gläubigen ihr Kind zu töten, macht man doch nicht. Macht Gott doch nicht sowas. Oh, oh. Okay, wir laufen mal einfach mal drum herum und hoffen, dass die Orbitale alles machen. Hoffen wir es einfach. Ein Goldraum, natürlich. Ein Goldschlüssel. Und da kommen wir nicht ran. Wir suchen mal den Goldraum. Ich könnte natürlich fliegen, aber ich will mir mein Item für den Bossraum vielleicht aufheben. Wer weiß, was da... Nein, aber wer weiß, was da kommt. Was haben wir die da? Das Orbitale fliegt und zieht. Wow. Ach, die Laufendinger machen die Stehenden kaputt. Auch nicht so übel. Ja, kommt schon. Und... Und... Ja, perfekt. Was haben wir hier? The Hermit. Das war der Geheimraum, glaube ich. Ne, das... Ich komme nicht klar drauf. Mal ist es das, mal ist es das. Ich komme mir schon fast davor, als wenn es immer genau das andere ist, was ich denke. Was haben wir dann da drin in dem Typen? Nichts. Wir weinen mal ein bisschen kaputt. Die fliegen ja eh nach hinten alle. Ich nutze es mal so. Oh, Geld. Money. Money, money, money. Ist nicht... Oh, nein, nicht die. Oh, oh. Oh, oh. Dingy, winky. Nein, aber Mann. Ich habe den Knochen gar nicht beim Fliegen sehen jetzt. Ha. Was haben wir denn hier? Spider Revenge? Hatte ich auch noch nicht. Ich glaube, wenn wir irgendwie Schaden machen, können wir uns auch nochmal heilen oder so. Oder irgendwas von Spinnensporn. Kann ich mir auch gut vorstellen. Na, so, perfekt. Mach ich mal so nach hinten schießen, Alter. Voll uncool. Bossraum ist da oben. Da gehe ich jetzt direkt hin. Na, vorsichtig. So, perfekt. Perfekt. Juhu. Tchuhu. Tchuhu. Und drunter wird euch schacheln. Zeig mal her, wer bist du? Nein. Was ist Blood? Und Schütz, ich will fliegen. Komm schon weg hier. Ich bin beschworen. Ich will nicht gegen Blood kämpfen. Der ist doof. Bleibt hier jetzt zu stehen. Und hoffe aufs Beste. Nicht, dass die Pieper jetzt dazu nahe kommen. Nein, weg da. Er kann ja nicht hochspringen, zum Glück. Ich treffe ihn nicht mehr, verdammt. Du musst dich da hinschießen, um sie zu treffen. Doch, jetzt geht's wieder. Ohne fliegendes Item wäre es hier doof. Beziehungsweise, warum hab ich die Orbitals mitgenommen? Warum? Au. Wenn wir getroffen werden, kommt das Spinne raus, ja? So sah's grad aus. Oder war's Zufall? Der Pieper kommt. Nein, aua. Ich wollte grad nie ausweichen, ey. Pieper, geh weg. Du musst mich denn drehen, damit die besser treffen können. Versuch's mal so rum. Trifft immer einzeln. Aber es geht, wenn ich um Schaden mir angucke, so. Ungefähr. Was hier alles blutet, ey. Der Arm blut. Komm schon. Lass ihn, Pieper, nicht zu mir. Böser Gegner. Warum machst du denn sowas? Ich hab doch so wenig Herzen. Denk doch mal an mein Leben. Oh, oh. Oh, ganz knapp. Pju. Was haben wir hier? Ein schwarzes Herz und Evil Up. Mehr Bomben. Das ist schön. Und wir kriegen noch ein Herz dazu. Jetzt sind wir auf der Marm-Ebene. Ich denke mal, ich werde den Run so lassen, wie er es ist. Aber trotzdem ist er irgendwie tof. Die ganze Orbitale hier. Damit kannst du nicht gezielt kämpfen, eigentlich. Du kannst nur ausweichen und hoffen, dass was trifft. So wie jetzt. Ah, so viel Blut. So viel Blut. Oh, ging. Trotzdem getroffen worden. Ja, noch mehr Dingels. Was ist er denn? Oh. Kommt klar auf euer Leben. Oh, Gott, rum. Zu viel Dingels. Nein, uah. Die Tränen müssten so lange fliegen, bis sie was treffen. Richtig viele. Das wären auch schöne Orbitale. Au. Dann Kills Heals. Kills Heals bringt auch nicht viel. Nein, warum? Oh. Der rennt ganz woanders hin und ich renne noch rin. Ich mag die Orbitale nicht. Die ziehen mich runter. Die ziehen meine Einstellung runter. Alter, treffe er gar nichts. Komm schon. Machen wir es. Mal ein Treffers. Das sind nur zwei kleine Gegner. Boah, Alter. Ich will was anderes haben. Ich will einzelne Items ablegen können. Was haben wir hier? Boißenbombs. Na ja, mal sehen. Hört sich ganz gut an. Was haben wir da unten für den Shop? Oh. Hier fehlt ein Schlüssel. Hups. Dachte, wir brauchen noch nur einen. Ich bin so schnell gerannt gerade. Oh, oh. Komm schon, meine Orbitals. Macht was. Seid nützlich. Ja, okay, das ging. Bin ich aber relativ zufrieden. Wie können wir Bomben legen? Boißenbombs. Hier auch noch vielleicht. Aber da kommen wir eh nicht ran, wenn da was rauskommt. Das war ja clever. Schlüssel haben wir nicht. Und in der Golden Kiste wäre das Beste drin. Oh, guck einer an. Jetzt können wir hier warten. So wirr wie die fliegen, können wir auch hier ruhig warten. Der eine noch dahinten. Komm schon. Yay. Wahnsinn. Achso, wir haben irgendwie Schlüssel. Aber man wissen mal, wo wir da hingehen können. Unten. Da ist noch ein Herz. Brauchen wir für Marben. Wo ist der Bossraum? Jetzt mach ich erstmal den. Ja. Was geht? Komm mal nicht. Oh, ich komm nicht klar auf die Welt hier. Wo ist er? Wow. Da geh da selber nicht über die Stacheln. Warum nicht? Jetzt Wombe. Nimm die. Hahaha. Oh man, ihr seid im Beschwerden. Wenn ihr noch welche beschwört, dann... Nein, Alter. Ein ganzes Herzschaden. Puh. Kann ich hier stehen bleiben? Kommt ihr da rüber? Chub, kommst du hier rüber? Sieht nicht so aus grad. Könnt ihr eigentlich hier stehen bleiben auf Sicherheit spielen. Ist ja auch ein bisschen traurig grad. Ja, natürlich ist es traurig. Ich weine die ganze Zeit. Oh man. Man kann auch Pech haben mit seinen Items. Orbital ist quasi. Deswegen hätte ich das letzte Mal liegen lassen, aber... Ich hatte ja auch Blimstone. Aber gut, immer dieses leidige Thema. Komm her, Chub. Hier bin ich. Ja, so ist brav. Es kommt so ein paar Mal her, bitte. Ja, genau. Chub, gucku. Ich hab hier ein Würmchen für dich. Kleines süßes Wärmchen. Ne, ne, natürlich. Kleines süßes Mädchen für dich. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt weg mit Stacheln und rüber. Wollen wir den Boss? Sehen wir noch gar nicht. Mist. Links? Oben? Rechts? Hm. Komm schon. Und? Ne, hier nicht. Schade. So, immer schön ausweichen. Die Tränen, die treffen wir, weil sie Piercing Shots sind. Immer. Könnte... Komm schon. Wehe, die fliegen zu mir. Nein, nicht zu mir. Bleibt immer so ein Abstand, damit die Tränen treffen. Das wär schön. Man darf sich ja noch was wünschen. Ein bisschen wenigstens. Juhu, komm schon was. Ah. Wollt ein blaues Herz haben. Äh, ist hier der Bossraum? Dahinter? Ne. Wir könnten rüberfliegen, bringt uns aber nichts. Da unten ist ein Schlüssel, bräuchten wir auch, aber ist nicht. Oh, 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 oh. Gefällt mir gar nicht. Immer schön ausweichen. Alter, Mann. Was für doofe Tränen. Wenn wir dem ganzen Zeit geben, dann läuft's ja aber. Nicht alle Gegner sind so lahm. Range up, wow. Bringt uns nisch. Wir haben einen gleichen Radius. Ne, oh nein. Ist einfach's. Ne. So sieht man, wie doof dieses Item ist. Und ich werde's, wenn ich das richtige Zusatz-Item hab, nie wieder aufheben. Wir sehen uns beim nächsten Run. Tschüss. Und ich gehe mich woanders abreagieren. Einmal schön mit der Faust gegen die Wand oder so. Keine Ahnung. Mal sehen. Oder was schönes spielen. Tschüss. Ich gehe Ansiable. Wie ist das? Ja. Wie ist das? Und wir sehen uns.